Und damit hallo und willkommen zum, ja, wieder mal zu lang weit aufgeschobenen 2016 Video. Nämlich immer das Video, wo ich einmal sage, wo im Titel dann steht 2016, also immer die Jahreszeit vom letzten Jahr und dann Fazit aus so und so viele Jahre YouTube. Diesmal sind es sogar mittlerweile viel geworden. Ja, was ist in den vier Jahren passiert? Was ist also in 2016 passiert? Einmal ein kurzes Rewind. Ja, erstmal natürlich wieder Premium-Farm, ne, überhaupt. Das wird wieder auch übertrieben Premium gemacht, ne, überhaupt. Finde ich halt cool. Ja, wie ist das Jahr dann angefangen? Ja, ich habe mir gesagt, ich mache mal 30 Tage lang Brick Force nochmal neu. Und dachte mir so, wenn es läuft, dann nehme ich es vielleicht wieder auf. Aber ich habe es auch selber gemerkt, das hat mir auch echt keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe es zumindest mir selber bewiesen können. Ich habe es mir zumindest durchgehauen, die 30 Tage und dann auch am Schluss. Die waren auch alle eher so ab und zu mal über 100, aber sonst auch eher nicht. Ich muss sagen, da hat mir die Thumbnails machen echt Spaß gemacht. Zum Beispiel was mit der Bacon, also Beacon, das war so eine Waffe, habe ich immer so Bacon in die Thumbnails reingehauen. Ja, und danach ging es mehr, wie heißt es auch zum direkt Anfang des Jahres, fast direkt, habe ich auch das Tagebuch gestartet. Wo ein Erfolgskonzept auf meinem Kanal gewesen, Tagebuch, jede Woche gesagt, wie hat sich mein Charakter verändert. Hat mir auch sehr Spaß gemacht, aber halt zum Ende hin halt nicht mehr, aber dazu kommen wir ja noch. So, aber was ich auch immer eher so als erstes mache vom Jahr, übrigens, ich habe es mir nochmal zu Verständnis. Letztes Jahr kam das 2015er-Video, also das Fazit-Video aus so vielen Jahren YouTube, am 16. Dieses Jahr nehme ich das Videocard erst mal am 26. auf. Holy moly, wie lange wird das noch dauern? Also im Hintergrundsicht, wir brauchen es auch noch ein bisschen Trajan-Hardfarm. Meine Gruppe und so, habe ich mal alles so schnell verschnellert und so. Letztes Jahr war es einfach ein Grimmer Grunt, übertrieben verlangsamt, damit überhaupt irgendwas im Hintergrund ist. Ja, ich hätte auch ein paar Cubes nehmen können, aber nö. So, was auch immer richtig cool ist, was ich eigentlich fand, ist halt immer das Gucken, wie hat sich der Kanal verändert, von Jahr zu Jahr. Einmal im Jahr 2015 waren es 237 gewonnene Abonnenten und das Jahr 2016, ein Glück waren es mehr, aber eigentlich ist es mir jetzt auch egal, 381. Irgendwann im, ich glaube, dritten Quartal des Jahres, habe ich mal auf die Abonnentenzahl oder auf, ich glaube, das vierte Quartal, habe ich einfach mal so auf die Abonnentenzahl geguckt, weil ich mir dachte so, hm, wie viel hast du mitladen? Und dann, puf, da stand 1400 und ich dachte immer noch so, ich habe doch gerade jetzt die 1000 geschafft. Und dann habe ich mir die alten Videos noch so durchgesampt und dann gemerkt, nee, das hattest du schon 2015 erreicht, also du warst irgendwie in der Zeit hängen geblieben, beziehungsweise Anfang des Jahres war es so. Irgendwann hat man es halt geschafft. So, dann noch, die durchschnittliche Wiedergabedauer ist um vier Sekunden gesunken, insgesamt habe ich 25.000 mehr Views gemacht als im Jahr 2015, also 70.000 im Jahr 2016, fand ich auch echt nice. Kommentare sind auch, haben sich quasi verfünffacht, was man auch sehen konnte, aber ja, war schon echt cool. So, bei den Top-Videos habe ich hier richtig angeklickt, genau, bei den Top-Videos im Jahre 2015 war es halt so, dass drei Tragen-Sang-Folgen oben waren, nämlich einmal Folge 56, 103 und 61, das war ein Gaukler-Video, ein Video, wo ich in 25.000 eine Million Adamant gepackt habe und noch Geschenke um dann Weihnachtsbaum, also zum Weihnachts-Event. 2016 war es aber anders. Da waren es einmal das 3000-Cubes-Marathon-3-Stunden-Video, wo ich mir so denke, nochmal ein so langes Cube-Video machst du nicht, das wirst du dann das nächste Mal auf jeden Fall schneiden. Es hat mich selbst geflasht, dass es so übertrieben lange dann doch gedauert hat. Ich werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall so machen, ich werde die alle live öffnen und wenn dann so eine geile Stinks-Booms-Emulsion rauskommt, wie bei den Heiligen Saphir, dann schneide ich natürlich mit ins Video aber nicht alles. Es war dann irgendwann schon zu heftig. Und man hat auch nicht die Ausdauer für drei Stunden die Leute bespaßen. Das guckt sich auch, obwohl doch, einige haben in den Kommentaren geschrieben, 100% Proved, 100% Watch Game. Dann die krasseste DSO-Folge ever, da habe ich wieder eine tolle neue Zahl geschafft, 200 der DSO-Folge, die ist dann auch mal durch die Decke gegangen. Für 3.696 Views, übrigens das vorige Video, da 3.000 Cubes Video, 2.500 Views, äh 2.500, ja doch, habe ich gesagt. Und dann war das beste Video, war tatsächlich, ich lese mal den kompletten Titel vor, Drakensang Online, Let's Play, Hashtag 152, Tagebuch, Hashtag 8, The Big Change, Road to 11k Gold Complete. Ja, da dachte ich mir auch schon so, Thumbnail ist eigentlich nur 11.000 Gold, haben die Leute anscheinend echt gehuckt. 4.100 Views, krass, aber ich wette, da waren kaum Kommentare drunter. Generell hat mir in dem Jahr etwas die Kommentare echt gefehlt, auch wenn es deutlich mehr geworden ist, habe ich auch bemerkt, aber irgendwie hat mir das immer noch so ein bisschen gefehlt. Ich muss sagen, in den ersten 2-3 Wochen dieses Jahres, habe ich das Gefühl, dass viel mehr Kommentare geschrieben werden, als im ganzen Jahr 2016. Es stimmt zwar nicht, aber ich habe so das Gefühl, weil was ich mittlerweile richtig feiere, ist die Q3-Map-1-Stories, wie viele Kommentare darunter geschrieben werden, auch so wie, ey, sprich doch mal da und darüber, ey, das Video von dir war richtig toll. Generell sowas wie, ey, das Video, das hat mir jetzt echt eine Menge Spaß gemacht. Und red doch mal über das Thema, das würde mich auch sehr interessieren. Ey, sowas ist mir viel wichtiger, als 3.000 Views auf dem Video zu haben. Mir ist es wichtiger, irgendwie 30 Kommentare zu haben und dann nur 500 Views oder 100 Views. Das ist mir viel, viel wichtiger, weil viel Interaktion ist das, wovon man eher lebt. Wenn ich dann, ich meine, man könnte Videos machen, man macht ein Gameplay, Musik drunter, Klatsch, irgendeinen Titel, der noch richtig die Masse zieht. Hat man hinter 5.000 Views und dann hinter nur so drei Kommentare mit, nice Video. Also, Stats, please, welcher Server. Ja. Alter, ne. Das gefällt mir dann irgendwie auch nicht. Also, ich lebe von der Interaktion. Und das war dieses Jahr, naja. Ja, kommen wir mal von den Stats weg. Stats waren, ja, jetzt hier, glaube ich, alle gesagt. Ja. Irgendwann bin ich halt auf 1.500 Abonnenten gekommen. War halt relativ krass. Also, man muss sagen, von 2015 auf 2016 ist es auf jeden Fall schon wieder ein enormer Wachstum gewesen, der mir gar nicht so klar war. So, danach kam halt mein großer Erfolg. Ich habe gestreamt und dadurch war auch mein Achieve und Unlocked, nämlich von der Community ein bisschen was zurückbekommen. Nämlich, ich konnte mir das Verteidigungspaket, was, man könnte einige sagen, es könnte übertrieben da getrashed sein, weil es nur defensive Werte pusht, aber ich fand es in dem Moment cool. Und für, und durch, wie heißt es, ein bisschen Goodie von der Community konnte ich mir billiger holen und das hat mich auch echt gefreut. Ich dachte mir so, nice. Ja. Dann hatte ich auch einmal meine große Streak, Alter, 366 Tage bei einem Tagebuch. Ich glaube, das habe ich dann noch erhöht auf 400 Tage. Irgendwo kommt das nochmal. Oder auch nicht. Ich glaube, ich hätte es sonst in Thumbnail gepackt. Ja, danach kamen so ein paar Stream-Video. Dann halt die 11k Gold, schon 11. Monat. Ich glaube, das war relativ am Anfang des Jahres. Ich glaube, das kann ich hier sogar nachgucken. Ja, im Februar, Alter. Im Februar war eh das Heftigste überhaupt. Und da habe ich so auch verschiedene andere Projekte gemacht. Zum Beispiel dieses Gladiator. Da habe ich wahrscheinlich auch mehrere Folgen gemacht. Und ne. Das war 2015. Da habe ich einfach noch einmal die letzte Folge gebracht. Einfach, Alter. Hat mir auch relativ Spaß gemacht. Generell, früher hat mir echt das tägliche Video-Bringen echt Spaß gemacht. Aber da ging halt irgendwann die Motivation einfach flirten, weil irgendwann war man ausgelabert. Man hat nichts mehr zu sagen. Und die ganze Zeit irgendwie, ja und jetzt mache ich in diesem Spiel das und das und dann das und das. Das ist irgendwie nicht interessant. Das habe ich auch gemerkt. Ich wollte eigentlich dieses, das war ja 2016, dazu nutzen, Singleplayer-Spiele zu let's playen. Aber da denke ich mir so, die guckst du dir eh selbst nicht an. Zum einen Grund, weil ich die nur selber spielen möchte und mir die nicht spoilern möchte. Aber zum einen Grund, ich weiß doch, wenn ich das selber gespielt habe, was da passiert. Beziehungsweise, da irgendjemand eigenes reinzuhauen, ist doch relativ schwer. Und ich meine, im Singleplayer-Spiel kann man nicht ungefähr sagen, ey, auf was für Serien stehst du denn so? Also, das ist so irgendwie, passt irgendwie gar nicht. Könnte man vielleicht mal ausprobieren, vielleicht passt es doch. Das hört sich am Anfang so übertrieben unpassend an, aber der ist mega passend. Ja, danach eine etwas aufhinehere Produktion, nämlich ein Video, was angelehnt war von Red Rose Gaming. Der hat nämlich damals Q6 Map 2 gefarmt und gesagt, so viele braucht man für eine Royal Stein. Ich habe das damit gut reingemacht, weil ich die Idee echt klasse fand. Das Video kam dann doch auch recht gut an. Dann halt mein übertriebener geiler Drop. Ich war übertrieben froh über den Grimax-Flammenden-Zorn. Den habe ich im März, nee, im April bekommen. Und erst irgendwie im November habe ich dann die Schuhe dazu bekommen. Krass. Wenn man jetzt überhaupt überlegt, das Sieg-Reset hatte ich innerhalb von zwei Monaten durch, als ich dann echt mal durch den wunderbaren und besten Tipp von I'm a real woman, ein Mage in der Gilde, der ist echt super toll, habe auch mit denen öfters mal in Teams mitgesprochen, der hat gesagt, ich erfahre mir das über Materie-Fragmete. Und dadurch war easy getrackt. Das habe ich in zwei Monaten durchgegangen. Ich habe mir tropfen gesagt, du wirst dir aber nur ein Teil mit Rang 3 spielen. Du wirst so lange den Sieg-Reset umklatschen, bis dir von einem Teil ein Rang 3-Item kommt. Und dann war es ein glückter Tor so. Weil von den Zieren hatte ich nämlich schon so sieben, acht Stück Rang 1er. Und ich dachte mir schon so, bitte lass es den Tor so sein und nicht die Zier. Weil wäre es die Zier gewesen, ich hatte drei Tor so Rang 1 und dann hätte es noch so viel mehr an Fragmenten gekostet. Und dann ist alles super gut gelaufen. Ich habe mich so gefreut. Ja, generell, die erste Hälfte des Monats war noch übertrieben aktiv. Damals hat man noch, wie heißt es, Legis aufgemacht, weil man sich noch nichts craften konnte, wenn man noch immer aufkauft hat. Vielleicht kommt da noch was Geiles. Dann halt die geilsten Events überhaupt. Beziehungsweise Events. Dann halt, wie heißt es, was auch abgenommen ist, halt Together-Projekte. Das letzte war mit Grießbrei, nämlich die Rocket League-Folgen. Hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber seitdem kein Kontakt mehr. General ist alle, äh, seit quasi nach den Dänemark-Urlaub alles nur noch Solo gewesen auf dem Kanal. Also quasi die zweite Hälfte des Jahres war eigentlich nur noch Solo und eigentlich nur noch, äh, retten wir uns bis zum Jahr. Danach hatte ich kurz mal eine kreative Phase, könnte man sagen. Ich habe das Tagebuch Thumbnail umgeändert. Die Thumbnails ein bisschen anders gemacht. Mit Ploppen ein bisschen mehr geschnitten. Oder die, äh, Videos mehr themenbezogen gemacht. Zum Beispiel das Magotina. Dann gab es das übertrieben geile Demotivations-Event. Das 5 Jahre Lovillium. Was ich übertrieben genial fand, aber durch den Bug komplett zerstört wurde. Ja, dann habe ich nochmal, wer ist es, versucht ein zweites Projekt. Okay. Ach, das ist wahrscheinlich wieder so ein YouTube-Bug. Wie das gleiche Video zweimal angezeigt. Dann versucht ein anderes Projekt zum Laufen zu bringen. WWE 2K16. Hat mir auch Spaß gemacht, aber dann irgendwie nicht viel Motivation gehabt, das irgendwie kontinuierlich weiterzuführen. Das habe ich nur mit Tagebuch geschafft. Mittlerweile fand ich die, das Enddesign vom Tagebuch, das ist einfach hier weiße Schrift, schwarz in der Randung, Tagebuch, boom. Und dann hinter ihm mal so ein cooles Bild fand ich bis jetzt auch das beste Design. Generell habe ich mich dann vom alten Design halt losgelöst, weil ich dachte mir so, das ist schon alt geworden. Ich denke so, mittlerweile finde ich die Thumbnails mittlerweile deutlich besser als früher. Zumindest finde ich das so. Ich finde, die sagen mittlerweile deutlich mehr aus, ey, da ist ein cooles Video und nicht so alt verstaubt. Ich dachte früher, das andere wird viel cool. Besonders das Dragan-Event Januar 2017, Thumbnail, ist mega geil aus, finde ich. Aber das ist ja quasi, ich bin jetzt quasi schon zum Ende des Jahres gekommen. Dann gab es halt noch einmal ein Monster-Event, dann habe ich halt irgendwann halt aufgehört. Also generell, der zweite Hälfte war halt mega wenig Videos, eigentlich nur das Tagebuch. Ja, und danach haben sich viele über den Trakensang-Online-Rückblick beschwert, weil ich den so richtig schön ausführlich gemacht habe. Und zu sagen, nur Trakensang-spezifisch. Und dann hatte ich da halt kaum ein Gameplay hintergelegt. Ich hätte auch einfach Schwarzbild hinterlegen können. Weil eigentlich war das sowas. Und ich meine, bei den Tagebuch-Videos, da hat man ja auch nur einmal kurz die Stats gesehen und mehr war das nicht. Da konnte ich den Hate absolut nicht nachvollziehen. Absolut, ganz und gar nicht. Joa. Ja, ein paar Projekte, die ich halt angefangen habe und nicht wirklich zu Ende geführt habe, weil die Motivation fehlte. Danach kam halt das Jahresende und dann war ich irgendwie befreit von den... Quasi, da fiel eine Last von einem. Seitdem geht es auch deutlich, sag ich mal, effektiver oder motivierter zur Sache, weil das hat einen schon echt immer so... Das Problem bei den Videos war, als nächstes steht ein Tagebuch-Video an. Und ich hätte viel mehr Bock gehabt auf das Video, aber dann würde das Video das Tagebuch-Spoilern, weil das erst später rauskommt. Weil... Ja, keine Ahnung. Aber ich habe... Den zweiten habe ich auch gelernt... Nicht in der zweiten Hälfte, in der zweiten Hälfte des Jahres. OBS kann man auch direkt hochladen. Also ich habe die wieder so... So... Nährqualität hochgeladen, dass man sie auf Stream könnte. Wenn man eine dementsprechende Leitung hat. Es kann eigentlich kommen, wie man gerade gesagt hat, ey, deine Video-Qualität sieht mega kacke aus. Da habe ich auch mega drauf geachtet, dass sie nicht zu crap aussieht. Weil so ein Video, so ein... Zehn-Minuten-Video braucht trotzdem noch eine halbe Stunde zum Hochladen. Weil dadurch, dass gerade mal eine halbe Stunde bis eine Stunde braucht, so 10 bis 20 Minuten, und noch einigermaßen gut aussieht, halt wie man sich ins Livestream angucken würde, konnte ich halt einfach mal direkt ein Video machen und es direkt hochladen. Und in der Zeit, wo es hochgeladen wird, so schönes Funktional-Design, das hat mir dann deutlich mehr Spaß gemacht als, ja, jetzt hast du erst mal zwei Minuten aufgenommen, jetzt darfst du noch eine halbe Stunde schneiden, und dann darfst du noch eine Stunde rendern, und dann darfst du noch zwei Stunden hochladen. Das hat auch halt die Motivation dementsprechend gedrückt. Auch wenn das halt dann nachher, halt am Anfang, dann doch etwas mehr geholfen, aber danach halt immer, das Tagebuch, das lag halt in der, einfach auf der Motivation-Tube. Da wollte einer einfach nicht mehr draus. Zum Ende des Jahres habe ich dann halt noch mich dazu echt zugebracht, ein paar Videos über das Finti-Event zu bringen. Das wollte ich einfach machen. Drei Videos waren es dann. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie sieben, oder so, oder acht oder zwölf. Also auf jeden Fall war es da deutlich effektiver, aber es war auch quasi fast eins zu eins dasselbe. Und ich würde mal sagen noch mein letztes Winter-Event. Ich vermute einfach mal, dass ich das nächste Winter-Event nicht mitspielen werde. Äh, wird man sehen. Ja. Ich glaube, soweit bin ich jetzt fertig mit dem Video. So, das war mein Fazit aus vier Jahren YouTube. Jo. Macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Hätte jetzt quasi so gut wie alle Phasen des YouTube-Daseins durch. Über-Motivation. Null-Motivation. Ein, ich höre fast auf. Ein, es läuft fast, es macht quasi fast nix super. Man hat, oder die Phase mit, boah, cool, ich hab voll die krassen Tourgeister-Projekte. Und komplett Solo. Also eigentlich alles mittlerweile durch. Jetzt wird eigentlich nur noch die Erfolgsphase. Ne, der Erfolg ist ja quasi in dem Jahr da gewesen. Durch dieses Tagebuch habe ich ja dazu geschafft, jede Woche ein Video hochzuladen. Und das war übertrieben erfolgreich. Aber es hat halt eher weniger Spaß gemacht. Aber ich hoffe, dass auf jeden Fall in der Blick in die Zukunft, die Q3-Map-1-Stories, wie ich es ja einfach genannt habe, ich wollte mir einfach irgendeinen plumpen Namen ausdenken. Und da hört es sich gut genug an. Ich hoffe, dass das echt ein Erfolgsformat wird. Weil das macht zurzeit echt eine Menge Spaß. So. Und generell habe ich jetzt auch viel mehr Ideen für Videos, die man machen kann. Und dann mache ich die einfach und dachte nicht so, Ne, das Video muss ich erst später machen, weil sonst würde es das Tagebuch spoilern. Aber wie gesagt, das Tagebuch ist nicht ausgestorben. Es kommt bloß nicht mehr wöchentlich. Es kommt ab sofort monatlich. Das, was ich noch gesagt habe, und das war der das 2016er Video. Fazit aus vier Jahren YouTube. Man braucht echt eine Menge Durchhaltevermögen auf YouTube. Wenn man es nicht gerade mit übertriebener Energie macht. Also ich sag mal, so nebenbei als Hobby sollte man einfach Durchhaltevermögen beweisen. Weil es macht einem echt ab und zu mal deutlich mehr Spaß. Und dann ab und zu auch mal absolut Kackheit. Aber zurzeit macht es wieder echt mega Bock. Mega Bock macht es. Nice. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Und dieses Video ist sogar länger geworden als alle anderen Fazitvideos. Oh. Achievement Unlocked. Bye.